Es hat so schön begonnen heute. Wir haben mit einem Gap den Tag eröffnet und damit die neue Woche auch. Das ist natürlich gelogen. Heute ist natürlich schon Dienstag. Das war ja schon der gestrige Wochenstart sozusagen. Aber den Schlusspunkt sozusagen eigentlich für den August, das wäre so schön gewesen, mit dem Gap nach oben. Wir haben die 16.000er Marke beim Index gesehen, wir haben sie überschritten und dann ist die Luft rausgegangen. Und das in einer sehr dynamischen Bewegung. Hmm, wird manch einer sagen, wie ist denn das Zeug jetzt hier aufzufassen? Aus meiner Sicht schwierig. Also die Aufwärtsseite nach wie vor, da hatten wir hier schon drüber gesprochen, eigentlich zerstört. Naja, was heißt schon zerstört? Aber zumindest mal sprechen diese vielen Kursüberschneidungen, also hier im Großen dieser Rücksetzer, dieser hier beispielsweise, jetzt hier im Kleinen dieser Aufwärtsbewegung, hier den Rücksetzer, da, den jetzt hier schon wieder. Da spricht nicht die Marke eines gewollten Bullenmarktes. Also das ist nicht das, was ich mir eigentlich vorstelle, wenn die Marktteilnehmer wirklich überzeugt sind. So sieht das nicht aus. Jetzt haben wir wieder eine steile Abwärtsbewegung. Die finde ich ja nach wie vor sehr sexy, wenn ich sowas sehe. Nicht aus Boshaftigkeit für all diejenigen, die jetzt long sind. Das muss ja jetzt nicht ewig runtergehen. Die Frage ist tatsächlich noch, wir haben es hier gar nicht mehr in der Zeichnung drin, aber wir hatten mal drüber gesprochen, so dieses Tief hier vom Juli, gegebenenfalls dieses Tief hier vom Mai. Ja, ich will jetzt das nicht überbewerten, aber irgendwie, so schwach, wie das hier nach oben geht, mit diesen Überschneidungen, hier schon die ganze Zeit eigentlich, ist es nicht völlig abzulehnen, dass der Kurs nochmal hier runter geht. Anschließend sehe ich, wenn da nicht was ganz Dramatisches passiert, durchaus Chancen, sehr gute Chancen sogar, dass wir nochmal weiter nach oben gehen. Also bitte nicht fehlinterpretieren. Dieser Rücksetzer ist nicht notwendigerweise der Todesstoß für den Bullenmarkt. Es wäre halt eine etwas größere Pause. Vielleicht schafft es der September jetzt, diese Pause dann jetzt wirklich mal abzuschließen, damit wir dieses Gewurschtel hier mal aufräumen. Das ist immer so ein Klassiker, der nicht so gut aussieht für die Haupttrendrichtung. Dann hätten wir mit dem Rücksetzer eigentlich wieder eine ganz schöne Bedingung. Ob das jetzt tatsächlich passiert, das weiß ich auch nicht zu sagen. Aktuell sind die Marktteilnehmer aber ganz klar auf der bärischen Seite. Für mich folgende Handelsüberlegung. Wenn der Kurs jetzt hier sowas macht nach oben, dann ist das eben der Hinweis, dass da noch was folgt. Und daran seht ihr, wie wichtig dieses ist. Nicht alleine die Abwärtsbewegung. Hier hatten wir eine starke Abwärtsbewegung. Die hat mich für das Gleiche begeistert wie für das hier. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Aber ich hätte dann so etwas gebraucht. Und da seht ihr, ich bin nicht in der Lage vorherzusehen, ob das passiert oder das, was tatsächlich passiert. Ich bin aber in der Lage, die beiden voneinander zu unterscheiden, um dann zu sagen, okay, dann halt kein Short mehr. Hätte er das hier eben gemacht, einen Rücksetzer. Also klassisch diese FIBO-Verhältnisse 38, 50 Prozent, sowas in der Richtung. Dann wäre das für mich eine ganz gute Motivation hier für die Fortsetzung nochmal nach unten. Wir können das hier mal einzeichnen beim DAX. Dann wären diese Rücksetzer-Niveaus idealerweise, nehmen wir mal, es bleibt bei dem Tief. Das kann natürlich nochmal ein bisschen tiefer gehen. Aber dann lägen die irgendwo so in dieser Zone. Wenn wir das dann hätten hier, wer das jetzt nicht sehen kann, 15.860 ungefähr, 15.915 irgendwo hier so drin. Das wäre eigentlich das coole Ding. Wie gesagt, entscheidend ist, ich will das nicht so sehen. Ich will das so sehen. A, B, C. Wichtig. Das ist für viele ein unwichtiges Detail. Nein, es ist ein ganz wichtiges, denn wenn der Markt stark unterwegs ist und dann sogar noch wackelig runtergeht, dann geht es sogar noch weiter nach oben. Dann ist das alles Pustekuchen, dann wird hier weiter nach oben marschiert. Das ist das bessere Bild dann. Nur wenn es wirklich wackelig hier hochgeht, also irgendwie sowas in der Art, darf ruhig ein bisschen größer gezackt sein, als ich das jetzt gezeichnet habe, irgendwie sowas hier, dass man sowas wie in dem Fall eine Bärenflagge, sagen einige dazu. Wenn man die hier finden kann, das sind dann alles ganz gute Indizien, dass dann eine Abwärtsbewegung nochmal folgt, wenn er dann die Zwischentiefs da triggert. Also vorläufig erstmal die Abwärtsseite als letzter lauter Aufruf. Entscheidend jetzt, ob so gekontert wird oder ob so gekontert wird. Wenn ihr die unterscheiden könnt, habt ihr zumindest mal eher die Wahrscheinlichkeit, auf der richtigen Seite zu liegen, nämlich wenn er das dann triggert, dass es dann eben die Fortsetzung wird. Umgekehrt, wenn er jetzt sagt, ach, ihr habt alle keine Ahnung, der Kurs macht das hier und wackelt dann in diese Richtung, dann natürlich das für die Fortsetzung nach oben. Das gleiche Spiel halt nur umgekehrt dann. Aber, wie gesagt, die letzte starke Bewegung ist die nach unten. Und dementsprechend ist es für mich das Bild auf der Abwärtsseite, was da im Moment überwiegt. So, damit sind wir beim DAX ja durch, aber wie sieht es bei den Amerikanern aus? Ist es da ähnlich doof, was das angeht? Tatsächlich ist der Dow Jones hier ganz schön heftig auch runtergekommen. Wir sehen das im Fünf-Minuten-Chart jetzt hier seit heute Morgen. Eine relativ deutliche Bewegung. Manch einer würde sagen, ist das nicht sogar dieser komische Fünfweller, den ich da immer erzähle? Denkbar ist es schon. Das Ganze allerdings eingebunden in diese Aufwärtsbewegung. Ich kann mir vorstellen, und deshalb bin ich beim amerikanischen Markt fast ein bisschen besser drauf als beim deutschen Markt, wobei der Deutsche kann ja auch noch diese Schubbewegung nach oben machen. Das, was wir hier haben, ist eigentlich ja eine ganz gute Bewegung und wäre sogar mit so einer A, B, C hier noch eine Korrektur. Wenn es also jetzt hier steil nach oben käme und wackele ich runter, Fortsetzung nach oben. Jetzt gucken wir mal, was haben wir geliefert bekommen? Also bisher das letzte, im Fünf-Minuten-Chart hier, das Bild stark bullisch. Wackelig nach unten wäre jetzt die Ansage für die Fortsetzung. Also da werden wir jetzt noch ein bisschen darauf achten müssen, was kriegen wir jetzt hier? Wird das so eine Geschichte beispielsweise? Also da haben die Kurse eine bessere Chance, auch nochmal hier das Bild weiter nach oben eben fortzusetzen. Ihr seht aber auch, dass hier die, ich mache mal diese komischen blauen Dinger weg, dass diese Cluster, über die wir jetzt ja mehrfach schon gesprochen haben, ja durchaus immer wieder mal, wobei das ist jetzt hier eine Einzelmarke, aber diese Fibonacci-Zielmarken hier durchaus eine gewisse Bedeutung haben. Wir sehen sie auf der Unterseite hier, jetzt im Moment auf der Oberseite. Das ist halt eine Orientierungshilfe und die greift halt immer wieder. Beim Nasdaq, Entschuldigung, beim S&P hier, dass der Future darauf hat, hat sie bisher nicht gegriffen, denn da hatten wir das als Ton oder so, aber Topfer erst mal drüber gelaufen. Und ich hatte gestern hier das irgendwo mal in die luftige Höhe gezeichnet, ohne zu wissen, wohin. Es sieht im Moment ein bisschen danach aus, als ob dieser Fünfweller jetzt tatsächlich eine realistische Chance hat, hier sein Ende gefunden zu haben. Dann müsste er jetzt idealerweise einen Fibonacci-Rücksetzer machen, können wir mal messen. Fibonacci-Rücksetzer hier beim S&P 500, Zielhöhe 4.467, das wäre auch ungefähr diese Marke hier. Das wäre doch gar nicht so schlecht, wenn der Kurs hier runterkommt. Auch aus bullischer Sicht, insbesondere auch hier gilt wieder, wenn es in einer typischen ABC-Manier dann wäre, eben in diesem eher korrektiven Verhaltensmuster. Wir sehen das auch hier in der Aufwärtsbewegung, nicht immer kann man das erkennen, aber wenn ihr so eine Aufwärtsbewegung habt, die stark ist und die Abwärtsbewegung, die möglichst schwach ist, manchmal sieht man es nicht gut. Hier ist es ein bisschen schwierig, das zu sehen, aber wenn man das gut erkennen kann, hat man da ganz gute Chancen. Und das, was wir hier haben, böte vielleicht so den ersten Teil dieser Bewegung und dann entsprechend Chancen für eine Fortsetzung, wenn es dann eben hier wackelig da nach oben käme jetzt der Kurs. Also Pause-Modus wäre hier angesagt, wäre aber auch mehr als verdient anhand dieser Bewegung. Und auch da wäre dieser Rücksetzer jetzt nicht der Garaus, sondern einfach nur, dass eine Vergünstigung nochmal hier auf der Ebene für all diejenigen, die Intraday da drauf gucken. Oh Gott, oh Gott, ich bin schon wieder acht Minuten dran hier. Das ist das Gleiche beim Nasdaq. Beim Nasdaq hatten wir die erste Zone hier ohne weiteres so liegen lassen. Jetzt sind wir hier in der zweiten Widerstandszone da so ungefähr und ihr seht, das ist wenig, also für mich ist das sehr unkonkret. Deshalb kann ich an der Stelle nicht jetzt einfach hier blindlängsten Short hier eröffnen, aus meiner Sicht, nur weil da jetzt nochmal drei Linien so ein bisschen lieblos in der Höhe stehen. Aber wir haben jetzt natürlich eine ganz gute Bedingung, dass der nächste Rücksetzer zumindest mal Zielhöhen wieder angegeben hat. 38er Marke, das ist bei 15.300 in etwa, so diese Richtung. Und auch hier gilt, wenn das einigermaßen wackelig eben ist, dann die Fortsetzung nach oben im Nachgang dann eben. Also nicht nur so weit, wie ich es gemalt habe, sondern auch noch theoretisch ein gutes Stück weiter aus meiner Sicht. Also beste Chancen für diesen Rücksetzer gegeben. Erstens mal, wir sind hier an zumindest mal so einem Pseudocluster hier herangelaufen. Das zweite ist, wir sind jetzt einigermaßen zügig hier runter. Achtet jetzt noch darauf, wie gesagt, ob die Gegenwehr stramm ist, dann schnell wieder verwerfen den Gedanken. Oder ob die Gegenwehr dann noch wackeliger, noch zarter ist, dann kann man schon sehen, die haben noch keine Kraft für nach oben. Dann bleibt es bei der Aufwärtsrichtung. Ganz kurzer Ausflug nochmal auf Crude Oil. Da haben wir mehrmals ja schon drüber gesprochen und gucken uns das natürlich gleich im Detail nochmal an. Hier live am Chart für diejenigen, die das mitverfolgen wollen. Guckt euch das dann natürlich gerne an bei Born for Trading. Ansonsten für euch nochmal als kleine Idee für die eigene Vorbereitung. Schub nach oben. Man sieht, der Schub lässt nach. Wenn der jetzt hier runterkommt, das wäre meine nächste Erwartung. Kann theoretisch ab sofort jetzt passieren, muss jetzt noch nicht. Es darf natürlich auch noch ein bisschen weiter steigen. Aber wir sehen, dass dieses Eindrehen im Markt, das ist häufig am Ende. Wir sehen, dass es korrektiv anmutet, die Bewegung. Wegen der vielen Kursrücksetzer, die wir hier haben, die auch noch überschneidend sind. Das lässt vermuten, dass wir hier jetzt so langsam das Ende dieser Aufwärtsbewegung haben. Und wenn der jetzt da zurückfällt, genau wie ich das eben beschrieben habe, das ist bei Crude Oil natürlich nicht anders wie bei den anderen, dann hätten wir bei 66, 60 in etwa so eine erste Marke. Kann ein bisschen tiefer gehen, noch 64, 76 in etwa. So diese Zone, wenn er da rein wackelt, klasse, dann haben wir eine gute Voraussetzung, dass der Kurs dann tatsächlich sogar nochmal weiter geht. Wichtig aber, nicht wie hier, da sah der Teil fast schon ähnlich aus, aber er ist halt nicht runtergewackelt, sondern ist recht zügig runtergekommen. Was wir brauchen ist, entweder eine klare ABC triggern lassen oder aber eben mit vielen Kursüberschneidungen. Und hier ist es so, ja, aber getriggert hat er ja nirgends. Alle hoch sind, fallen, 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 also keine Chance. Er muss dann auch das irgendwo triggern. Abschließend noch auf Gold, weil ich weiß, viele von euch interessiert natürlich Gold. Ich habe diese Box nochmal drin gelassen, weil eigentlich finde ich die Box nach wie vor ganz gut. Sprich, das ist noch nicht wirklich vom Tisch. Allerdings muss man auch dazu sagen, im 15-Minuten-Chart, das ist eine klar korrektive Bewegung nach unten. Wenn der jetzt nach oben hier, dieses hier durchstößt, ja, dann wird es noch weiter gehen. Also da bleibt es nicht so bei ein bisschen. Die Frage ist allerdings, wie weit. Insgesamt bin ich ja sehr bullisch, dazu hatte ich ja am Wochenende ein Video gemacht. Müssen wir jetzt nicht nochmal breittreten. Im Moment ist das noch kein echter Hinweis für die Abwärtsseite, was wir jetzt hier sehen. Denn ihr seht schon, guckt euch mal die Abwärtsgeschichte an. Von da nach da ist es runtergegangen. Aber verfolgt das mal mit den Fingern. So sieht das nicht aus. Und vor allen Dingen mit so einer Gegenbewegung. Wieder hier eine Gegenbewegung, da eine Gegenbewegung. Sind überschneidend. Das, was wir hier als Abwärtsbewegung haben, ist keine starke Bewegung. Deshalb die bessere Vermutung, dass es nochmal nach oben geht. Also die Vermutung für weitere Longs ist im Moment die vorrangige. Und diese Box, wie ich sie auch immer da reingemalt habe, wenn sie überhaupt noch kommt, muss weiter nach rechts verschoben. Denn vorläufig steht das offensichtlich noch gar nicht auf dem Programm. Mal sehen, wann das dann sich materialisiert. So, jetzt habe ich lange gesprochen. Euch alles Gute erstmal. Liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.